Elektrische Maschinen, ASM, PSM haben wir entwickelt. Ein hoher Wirkungsgrad und geringe Rotorverluste sind zentrale Themen für Fahrzeugantriebe. Hier ist die PSM klar im Vorteil. Ein Nachteil stellt die hohe Volatilität der Weltmarktpreise für seltene Erden dar. Je höher die Temperatur des Rotors und damit die Temperatur der Permanentmagnete, umso mehr Disposium oder Terbium muss man einsetzen. Die Wirbelstrom- und Hystereseverluste kann man auch über eine effektive Rotorkühlung abführen. Neben der ASM ist die FSM eine weitere magnetlose Maschinenvariante. Mit dieser Maschine sind Autobahnfahrten in bestimmten Betriebsbereichen noch effizienter möglich im Vergleich zur PSM. Für alle diese genannten Maschinen stellt der Wicklungsentwurf eine Optimierungsgröße dar. Hier ist die Frage Runddrahtwicklung oder Profilleiter, Einschichtwicklung oder Zweischichtwicklung. Klar, bei der Zweischichtwicklung wird der Hauptwellenwicklungsfaktor reduziert, was zu einer Verringerung des Peak-Drehmoments und damit der Anfahrperformance führt. Auf der anderen Seite lassen sich durch eine geeignete Sehnung die niederpoligsten Oberwellen bedämpfen, was zu einer geringeren doppeltverketteten Streuung führt und zu geringeren damit einhergehenden parasitären Zusatzverlusten. Ist doch logisch.